Drei, zwei, eins und loslaufen. Schneller werden. Und super, wir fliegen. Jawohl, du kannst dich richtig hinten reinsetzen. Juhu. Du bist noch nicht ganz beim Popo hinten. Oder? Nein. Jawohl, genau, richtig hoch. Weiter noch, weiter noch. Drück dich ruhig ab. Ja, das ist besser. Besser? Wow. Genieß es, genieß es, wir fliegen schon wieder. Juhu. Sehr gut. Wow. Ein bisschen trägt der Wind. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Die Hütte hier unten, das ist das Ramsäck. Ja. Da kann man sich einen Stempel holen vom Wandern. Ja, wir sind gewesen, glaube ich. Schön. Das hier vor uns ist der Herzberg. Und da unten ist der Herzberger Teich vor uns, zu deinen Füßen. Das drehen wir wieder. Ja, ja. Du kannst dich gerne bei mir anlehnen. Ja. Juhu. Juhu. Schön, schön, schön. Ja, toll. Vor allem die Abendsonne. Ja. Und die ruhige Luft. Was will man mehr? Ja. Ja. Gut, dass du es geklappt hast. Ja, ne? Hat sich schon wieder gefühlt. Ja. Das Fluggefühl ist einfach toll. Ja. Das Fluggefühl ist einfach toll. Ja. Schön. Wir sind hier links fast wieder auf der Höhe von der Hütte. Ja, ja. Nicht ganz. Aber wir haben nicht viel Höhe verloren. Das ist gut. Nein, das ist gut, ja. Kommt ein bisschen rum? So ist es schön. Da rum die Ecke. Ja. Es ist nicht unruhiger bei den Bäumen, denke ich. Das geht. Das ist einfach die gesamte Luft gerade. Ja. Aber es ist so ruhig. Man hat keine Angst vor den Bäumen gerade. Nein, nein, nein. Vorhin war viel turbulenter. Da wäre ich nicht so nahe angeflogen. Wie ist es? Jetzt ist es schön ruhig. Du bekommst es... Ja. Hier ist ein bisschen Turbulenz, ne? Ganz bisschen. Denk ihr auch? Ein bisschen Thermik suchst du, oder nicht? Hier wird keine Thermik mehr sein. Nein. Ich gucke gerade den Hangaufwind ein bisschen noch auszunutzen. Ja. Am Hang muss... Der Wind muss über den Berg. Aber jetzt fliegen wir langsam Richtung Landeplatz zurück. Ja. Ah, schön. Da links vor uns unten ist der Malta-Meisterturm mit dem Türmchen. Hier. Das ist eine Werkstätte. Da hat man auch eine schöne Aussicht über Gösler. Ja, da ist etwas. Genau. Aber hier ist die Aussicht noch schöner. Ja, da bin ich auch. Ja, da bin ich auch. Gut, ne? Kannst du runter gucken? Ja, ich kann runter. Schön. Hier links auf der Terrasse bei dem Malta-Meister. Da sitzen auch welche. Das sieht gut aus. Ja. Machen wir so ein Bier. Ja, genau. Da kann man noch was trinken. Die haben aber, glaube ich, nur bis 8 Uhr offen. Oh, okay. Also die kann sein, lass sie jetzt schon wieder zumachen. Ja, ja, ja. Oh, wie schön, ne? Cool. Ja. Wow, wie das Abendlicht. Die Sonne ist toll. Das streit. Alles. Das streit. Ja. Guck mal. Mach ich. Ja, Gott lässt die Sonne scheinen. Ja. 25 Grad im Haar. 430 Nm. U.S. 3,5 Meter pro Sekunde. Uhrzeit 1.250. Flugzeit 5. Schön. Schon wieder 5 Minuten. Wow. Wow. Guck mal. Ui. 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 Ui.